Grüezi, Herr Fuchs. Wir stehen hier in Ihrem neuen Restaurant. Das war ja einmalig die gleiche Prüezenz. Genau. Jetzt ist es Fuchs und Cora. Was ist heute das Konzept? Wie sind Sie auf das Cora? Wieso machen Sie das? Also in erster Linie sind wir sicher mal ein Schedule. Wir haben einfach gesagt, die Bleiche finden wir charmant. Das ist unsere neue Hauptsitz. Es bleibt weiterhin die Bleiche-Projekte. Es ist jetzt einfach unter dem Regime von Fuchs und Cora. Speziell macht es sicher das Regionale. Wir suchen ausgesuchte Produzenten aus, die uns dann tagtäglich beliefern. Mit ihren genialen regionalen Produkten. Und das wollen wir auch unseren Gästen beitragen. Das Regionale. Super. Heute haben wir eigentlich seit 3 Jahren das Hobbiker. Und nur dessen sind wir nachgegeben. Seit dem Jahr. Und das Restaurant geht jetzt wieder auf. Und wir schauen, wie weit wir mit dem kommen. Was macht das so besonders? Dieses Bierfleisch. Es ist unterzauk. Genial. Das ist gut. 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 Vielen Dank.